Vielleicht gibt dir dein Mitschüler ein Blatt Papier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mein weiße Couch sieht hässlich aus. Ich bin mir nicht sicher, wo das Café sich befindet. Welches Formular meinen Sie? Vergleichen wir heute wieder diese Vögel? Es tut mir leid. Dass du so enttäuscht bist. Du siehst genervt aus. Ist alles klar. Machst du gern Mathematikübungen? Bis zum nächsten Mal. Ich habe meine Frau an der Universität Wien kennengelernt. Wie hast du dir die Hand und den Arm gebrochen? Wir wollen zu Fuß über den Fluss zum Spargelmuseum gehen. Ich habe meine Frau an der Universität Wien. Ich habe meine Frau an der Universität Wien. Wir haben herausgefunden, dass nicht alles ausverkauft ist. Welche Gerichte findest du leckerer? Ich wasche ab und du trocknest alles ab. Einverstanden? Nein. Ich habe meine Frau an der Universität Wien. Und ich habe meine Frau an der Universität Wien. befindet. Der Spargelbauernhof ist da auf der rechten Seite. Spargelbauernhof. Wir wollen zu Fuß über den Fluss zum Spargelmuseum gehen. Spargelbauernhof. Weißt du, wie weit weg die Notaufnahme ist? Spargelbauernhof. Lock dich zuerst ein. Lock dich zuerst ein. Lock dich zuerst ein. Lock dich zuerst ein. Du brauchst eine Jacke, denn es ist draußen kühl. Du brauchst eine Jacke, denn es ist draußen kühl. Draußen kühl. Wir gehen manchmal auf den Spielplatz zweimal. Oh, nein. Mein Computer. Abgestürzt. Ist abgestürzt. Wie weiß ich, ob der Router an ist? Wie weiß ich, ob der Router an ist? Netzwerken im Löwenhof. Aberdelnut. Er ist auf dem Klassen. Grafen und Doneen. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie hat nicht aus den Frosch aus dem Fenster geworfen. Es war blöd, auf den Link zu klicken. Es war blöd, auf den Link zu klicken. Es war blöd, auf den Link zu klicken. Weißt du, wie weit weg die Notaufnahme ist? Lock dich zuerst ein! Du brauchst eine Jacke, denn es ist draußen kühl. Eine Jacke, denn ist es draußen kühl. Ist, er ist draußen kühl. Wir gehen manchmal zweimal auf den Spielplatz. Nein, sie hat den Frosch nicht aus dem Fenster geworfen. Es war blöd, auf den Link zu klicken. Es war blöd, auf den Link zu klicken. Ich kann mich nicht aus dem Fenster geworfen. Melde dich an. Und dann kann ich dich abholen. 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 Reist du nach Lissabon, um eine Freundin zu finden? Meine Tochter freut sich über den Besuch von Opa. Meine Tochter freut sich über den Besuch von Opa. Mias Sohn spielt Fußball und trainiert täglich. 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 mein Laptop abgestürzt ist Dir, Dich Plötzlich ist mein Laptop total abgestürzt Dich, Dir Ich bin echt genervt, weil das Internet nicht funktioniert Ich denke Der Router ist abgestürzt Das Licht oben blinkt nur Oben blinkt nur E-Mails können manchmal gefährlich für Computer sein Cool Gehen Wir Sind Sie Sich Sicher Dass Sie Die Software Brauchen Plötzlich ist mein Laptop total abgestürzt Die Internetverbindung war gestern stabiler Ich kann Diese Rechnung Die Nur Diese Rechnung Online Bezahlen Ich habe ein Video von meiner Band heruntergeladen Ich denke Ich denke Router Ist Wieder Abgestürzt Ich Kann Diese Rechnung Nur Online Bezahlen Gehen Genau In Certificat Die Ich Jetzt In Untertitelung des ZDF, 2020